Konnichiwa, Bitches. Zurück bei The Wolf Among Us. Beim letzten Mal sind wir in das Open Arms Hotel gegangen und haben uns erstmal eine Kippe angezündet. Und ja, jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Ziehen wir uns mal an der Coke? Ich will kill you. Finde ich gut. Ein Phone. Ja, gehen wir erstmal zu dem Phone. Vielleicht hängt da ja ein Strumpf dran. Ist das ab? Ist die Schnur ab? Das erinnert mich an ein anderes Spiel. Von einem gewissen Herrn Poki. Schauen wir das mal. Oh, hi. Sorry. Oh, hi. Ich weiß, ich sollte jemandem erzählen. Aber Beast würde erinnern sein, wenn du es wusste. Beast ist ein stolzer Mann, Bigby. Er will mir gut machen. Und er... Er kann es einfach nicht aufhören, wenn er wusste, dass ich das tun soll, damit wir nicht erheben. Alle unsere Freunde leben in den Woodlands. Er würde ihn verraten. Na, dein Geheimnis ist sicher mit mir, okay? Lass uns nicht eine große Sache machen. Sie sollte es ihm aber echt sagen. Sie sollte es ihm aber echt sagen. Ich hoffe, wir können die Fragen alle stellen. Ich habe ihn mit einer Frau genannt, Faith. Oder vielleicht hörte sie das Name. Ich könnte es. Ich weiß nicht. Am Ende der Nacht, es ist ein Blur mit allen Namen. Tara, Brandy, Amber, Heather. Sorry. Hm. Ich habe mit Tweedledee vor heute Abend gesprochen. Er hat dich in passing erwähnt. Sie kennen ihn? Oder seine Bruder? Ich habe ein Geld aus. Für Backpay. Es war unsere dritte Noten. Und seitdem, diese Annoying Freaks haben mich verletzt. Für die Geld und Interesse. Warum aus diesen Geld aus? Es war aus dem Krooked... Mann. Beauty. Du wirst nicht, wie stolz ich war, Bigby. Ich hatte nichts anderes zu gehen. Schau, wenn das wieder passiert, dann noch mal sehen. Ich habe mich oder Snow first gesehen, okay? Ich versuchte. Ich habe einen. Du hast gesehen Snow White hier? Oder vielleicht jemanden wie sie? Du weißt, es ist lustig. Ich habe jemanden gesehen, die ich sehr einfach wie sie, aber sie hat nichts gesagt, als sie mich gesehen hat. Selbst wenn sie wusste, dass ich sie gesehen habe. Ich habe einfach gedacht, dass es Snow nicht wäre und mich ging um meine Unternehmen. Ich kann langsam nicht mehr richtig sitzen. Aber dafür, dass sie Beauty ist, finde ich sie gar nicht so hübsch. Vielleicht. Ich glaube, dass du eine Art und Weise verabschiedst. Das ist gut. Es ist nur, dass ich mich gefragt habe, ob ich da muss. Du musst mich nennen? Ich meine, es ist nicht so, dass Beast ever sehen würde. Es ist nur... Du kannst mich nicht sagen. Ich weiß nicht, ich weiß. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass du mit dem Chefs gesprochen hast. Du kannst mir das, was du musst. Ich möchte, dass du es mir helfen kannst. Ich möchte, dass du das helfen kannst. Ich darf nicht mal filmen. Ich kann nur davor feln. Ich darf nicht mal filmen. Ah! Oh. Uh! Ihhh! Können wir da mal... Schnuppern? Weil das ist ja, ne? Können wir doch gar nicht öffnen, oder? Wir haben noch den falschen Schlüssel. Wir müssen noch da irgendwie reinkommen. Warum nicht? Wir müssen mich in da. Das ist die Tür, 207. Aber ich... Das ist die Tür, die Lilly war in. Oh, gut. Das ist witzig. Das ist die Tür zu öffnen. Aber es ist nicht funktioniert. Beauty! Ah, verdammt! Beast? Bigby? Wie kann man das mit mir machen? Nein, Frau, nein! Oh! Oh, shit! Nein! Nein, 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 nein! Das ist doch gar nicht so! Was ist die Tür? Nein, nein! Ach, nein. Nein, nein. Nein, nein! Nein! Nein, nein! Nein, nein! Bist! Das ist die Tür zu entfernen? Ich wusste, dass ich in tranhen konnte. Ich hoffe, dass ich in Italien benötige. Das ist die Tür zu sein. Enklariert mich! Das ist das, was ihr in den Augenblick. Oh! Ich glaube, dass ich in etwa die Tür zu tränzen würde. In den Augenblick. Ah! Oh, Mann. Au. Mann, beruhig dich doch. Kuh. Mensch, das ist ein schönes Bild. Hör auf, mich anzugreifen. Ihr könnt doch über alles reden. Mann. Ah. Ach, Mann. Ich will ihm ja auch gar nicht wehtun, aber er redet ja noch schritten. Arg. Ja, so kriegen wir die Tür auch auf. Blut und Blumen. Nee, nee, willst du echt nicht sehen? Boah. Nein, 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 nein. Alter. Oh. Oh, mein Gott. Don't touch anything. Is this? Is this? Lilly met her client here. Mr. Smith, whoever he is. And then? Must have happened right here. Jesus. Last night? Yeah? I was on shift last night. On shift? Beauty? What? I'm not a prostitute, you idiot. I work the front desk. I... So that's... Yeah. Still, this is no place for someone like you. I mean, look. Do you remember who rented this room last night? I don't think anyone did. Not last night. Maybe they have it long term. I don't know. How am I supposed to know? It just seemed like a totally normal night. How is that even possible? There's so much blood. Go lock the front door. Keep people out of the hallway. I need you to be sure no one comes in here. This is a crime scene, okay? But... Just do what he says. I'll explain later, okay? Bigby, what kind of a person could do something like this? That's exactly what I'm about to try to find out. Oh, my... I can't believe this. Do all the rooms have these same clocks with the built-in cassette player? I think so. Yes. Okay. Oh, God. Looks like she was lying down when she was killed. Flowers were already here. How do you know that? Blood pattern. Also, I'd say the body was dragged off the foot of the bed. There. The body? Jesus. You could say she. Poor girl. I just can't even imagine. Oh, God. What's that? A apple? There's no gift or something? Oh, man. Oh, man. Oh, man. What is that? It's a book about Snow White. Or about the Monday version of her story, anyway. Okay. Oh, yeah. The whole book is about her? Yeah. Hmm. What is it? Hmm. I think he bookmarked this picture because it shows snow and peril, and he likes that. You mean, like a danger fetish? Something like that. Okay, so he's basically just crazy. Which, yes, no big surprise there. Hmm. Why is she in a glass coffin? This is the part where she's in a deep sleep, but they think she's dead. Hmm. Oh, no. What? What is it? I think he made up the bed to match the coffin in the picture. Flowers, too. He'd have had Lily lie down just like this. You mean just before? In the story, that's when someone comes to kiss her. That's our Mr. Smith. Who we know is a total nutcase. Oh, my God. That poor girl. She couldn't have known. She probably just needed the money. She could have been anyone. How did she wind up here? I mean, not exactly here, but just how does a person... We can't know the answer to that. I don't know. Every situation is different. Yeah. Can I do something here, or something? I clicked on the wrong side here. I don't know. I don't know. Can I do something here? No. And then... Oh, God. She must have been so scared. It's a Huff and Puff. I thought you were the only one who smoked that crap brand. Apparently not. He brought wine. Classy. So, we're done in the case. Maybe she didn't see it coming. Okay. Oh, no. Ah. Yeah. Oh, no. She must have been wearing it. He killed her and then... And then he took it back off. No, there's no blood on it. It must have been torn some other time. Oh, no. There's more? What? What now? He likes it, Ruff. This is the same dress as the one in the book about snow. I think Smith was dressing Lily up in it to recreate the snow from the book. You're right. It's the same dress. It's another match to what's in the book. God, I'm just having trouble processing all of this. This guy has some kind of weird snow obsession, but then there's this other stuff, too. The fact that he enjoys women in danger doesn't bode well for anybody. I hope you're just about through. I don't really want to stay in here any longer. Was ist das? Was? Was? Stop. 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 Are those pictures of the dead girl? Wie wissen Sie? Ich bin hier. Es kam letzte Winter. Oh nein, Bigby. Dieses Kind von Stalking... Es geht nicht nur von sich selbst. Ich glaube, ich weiß über das erste Hand. Er wird immer versuchen, um sich näher und näher zu kommen. Sein Stand-Infer Snow ist weg, also... Der nächste Schritt näher. Und der beobachtet uns die ganze Zeit. Nein! Shit. Der Spiegel... Ich wollte auch noch mal mit dem Spiegel reden. Ich hab's am Anfang nicht gemacht. Nein, schon vorbei. Alter, ich hab... Hab doch gesagt, es ist Crane. Ich hab's doch noch gesagt. Ich hab mich wirklich bem��ig. Ich bin wirklich ein Freund, Sheriff. Ich bin nicht geglaubt, starein zu sein, fachlos. Obviamente, es muss ja noch andere Regionen werden. Hallo, Bigby. Take care of it, Bigby, or I'll take care of it for you. Jesus Christ, Bigby. Is that you? Okay. Huch. Player choices. Ach so, okay. Hier war ich Anti. Wie, die haben alle, also die meisten haben bei dem... War das jetzt die oder die? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die wenigsten haben so agiert wie ich. Ja, keine Ahnung. Lest es euch selber durch. Kaum jemand hat... Ja, ich glaube auch niemand wollte Biest wirklich hauen, also verprügeln, weil... Er wollte ja mit ihm reden, er wollte ihm ja klar machen, so hey, es gibt da keinen Grund für gerade. Also so gar nicht. Du verstehst das alles falsch. Hm. Und die meisten haben einfach nur alles kaputt gehauen und nicht ihn gehauen. Hier, ne? Ja, gut. War's das dann. Jetzt komm ich ja... Holy shit, das war laut. Na gut, das brauchen wir jetzt hier nicht alles durchlaufen lassen. Ich mach das mal so, dann kann man's am Rande noch ein bisschen erahnen, was da steht. Ja, das war die zweite Episode von The Wolf Among Us. Die fast pünktlich endete. Ähm... Ja, ich hoffe, die nächste kommt bald. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt und fühlt und... Ihr wisst schon. Alles Mögliche. Was kann man sonst... Egal. Ich hoffe, wir sehen uns... Es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. So. Bei der Wolf Among Us. Bis dahin. Wir sehen.